Welche konkreten Ideen für solche Einsparungen hat Ihre Partei und wie werden Sie diese den Bürgern nahe bringen? Wenn Sie keine Einsparungen wollen, wie wollen Sie dann rasch von den Nettoimporten wegkommen? Wir wollen den Menschen nicht vorschreiben, wie viel Energie sie verbrauchen dürfen. Auch die Tendenz zur Zwangssanierung und Energiesparmaßnahmen lehnen wir ab. Stattdessen wollen wir, dass es attraktive Förderungen gibt, um auch langfristig Energie zu sparen. Gerade auch im Bereich der Abhängigkeit von anderen Staaten muss diese eben gesenkt werden angesichts des Russland-Ukraine-Konflikts. Und die Nutzung erneuerbarer Energieträger ist für uns notwendig und wichtig und der Ausbau derer ist wichtig. Aber, und das sage ich ganz ehrlich, das darf nicht so gestaltet sein, dass unsere Wirtschaft davon keinen Profit hat. Voraussetzung ist jedenfalls auf der einen Seite die Versorgungssicherheit und auf der anderen Seite muss es im Eigentum der Republik Österreich bleiben. Was wird Ihre Partei gegen diese unrealistischen und gefährlichen Atomkraftwerkspläne unternehmen? Insbesondere auch, wenn Ihre Partei in Regierungsverantwortung kommt. Die EU-Kommission hat geschaffen mit der Einstufung von Atomkraft, der sogenannten nachhaltigen Energiequellen, einerseits die Grundlagen für eine Lebensverlängerung der Atomenergie, aber vor allem für eine Renaissance der Atomenergie. Und es ist ein historisches Versäumnis dieser Bundesregierung gewesen, einer Bundesregierung aus ÖVP und Grünen, dass sie zwar einerseits öffentlichheitswirksam eine Nichtigkeitsklage eingebracht haben gegen die EU-Taxonomieverordnung, aber damit einhergehend nicht einen einstweiligen Rechtsschutz nach Artikel 278 bzw. 279 AEUV, das ist also die Arbeitsweise der Europäischen Union, zu beantragen. Und wir haben genau das in unserem Entschließungsantrag drinnen, einen Entschließungsantrag mit dem Titel Dringende Notwehrmaßnahmen gegen EU-Atomstromverordnung gefordert und leider Gottes keine Mehrheit gefunden. Und es ist eine Bundesregierung mit Herbert Kickl an der Spitze, die würde diesen freiheitlichen Kurs für sichere Energiequellen sofort und konsequent durchführen. Wird Ihre Partei, insbesondere wenn sie in Regierungsverantwortung kommt, den einseitigen Ausstieg aus dem Euratom-Vertrag vorantreiben? Gibt es Pläne und wenn ja welche für Bündnisse, die Ihre Partei in Sachen Anti-Atom-Politik mit der Mehrzahl der atomkraftfreien EU-Staaten eingehen will? Die FPÖ ist die einzige Partei, die sich glaubwürdig für den Ausstieg aus dem Euratom-Vertrag einsetzt und auch dementsprechend im Parlament immer gefordert hat. Unser Antrag, Ausstieg Österreichs aus dem Euratom-Vertrag, der wurde leider Gottes zu unserem Bedauern von allen anderen Parteien abgelehnt. Um die Interessen der atomkraftfreien EU-Staaten zu bündeln, soll es künftig engere, vor allem anlassbezogene Zusammenarbeit geben. Wir wollen da jetzt keine starren Bündnisse errichten, sondern vielmehr Österreich als Vermittler und auch als Gastgeber da positionieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017